Ich zeig dir heute in einem kleinen Quick-Tutorial, wie du diese super einfache TNT-Kanone hier hinter mir in der Minecraft Bedrock Edition bauen kannst. Und ich würde sagen, wir fangen damit jetzt auch direkt an. So, die Kanone ist super einfach zu bauen und benötigt kein Redstone, ja. Das ist das Gute daran, wirklich null Redstone. Man kann einfach hingehen, hier drauf drücken, dann da drauf drücken. Achtung! Und BAM! Fliegt das TNT ganz easy, ja. Wie baut man das Ding? Okay, wir brauchen als erstes natürlich erstmal Blöcke. Wir nehmen hier glatten Stein. Eins, zwei, drei, vier, fünf in eine Reihe. Zwei daneben. Wieder vier hier so runter, dass wir erstmal den Grundshape haben hier, ne. Nehmen wir jetzt eine glatte Steinstufe, hauen die hier hin. Kann irgendeine Stufe sein, vollkommen egal. Wir nehmen hier jetzt wieder glatten Stein, machen einmal Wasser hier rein, dass das TNT, was hier gleich rausgeploppt wird, einfach hier runterschwimmt und dann hier explodiert, ohne dass alles in die Luft fliegt, ja. So, jetzt gehen wir hin und nehmen Spender. Hier einen hin, hier einen hin, nicht da, sondern hier. Müssen dann natürlich das Wasser neu machen. So, Wasser neu. Und setzen nochmal jeweils immer einen drauf. So, so. Gehen wir auf die andere Seite. Hier hin. Noch einen hier drauf. Man kann es auch nur mit zweien machen, aber je mehr man hier drauf macht, umso weiter fliegt es halt, ja. Na, das will er schon nicht mehr. Dann müssen wir dann das Ganze so machen. So. Jetzt kommt der Clou. Wir müssen hier in die Mitte den Knopf setzen, dorthin, ja. Einfach, damit wir alle Spender hier erreichen. Wie gesagt, man kann noch mehr draufsetzen. Je mehr es werden, umso weiter fliegt es, ja. Problem ist halt nur, dann bräuchten wir wieder eine Redstone-Konstruktion, damit das Ganze dann auch alle auslöst auf einmal. So, jetzt gehen wir hier vorne hin. Setzen hier eins, zwei, drei Spender hin. So, und das sind die, die gleich fliegen, ja. Gehen jetzt hin. Da haben wir den Knopf hingesetzt. Setzen hier in die Mitte einen Hebel. Das werden wir den betätigen, so. Alle drei direkt betätigen, ja. Und jetzt können wir einfach hier hingehen und einmal TNT, zweimal TNT, dreimal TNT, hier auch. Überall TNT rein. Dort, dort. Ey, komm her. Dort, hier. Da kann der rein. Unten kann was rein. Hier in die Mitte nicht, weil da der Knopf ist, ne. Da kann was rein. So, hier kann die Hälfte rein. Hier kann die Hälfte rein. Einfach, dass überall was ist. Und wenn du das Ding jetzt schießen möchtest, der Clou ist, du kannst hier auch mehrmals klicken, ja. Dann kommen hier natürlich mehr raus. Dann fliegen mehrere gleichzeitig. Aber immer zuerst den Knopf drücken. Nicht zuerst hier, weil sonst stimmt die, ähm, stimmt das wieder nicht. Und dann fliegt dir hier alles um die Ohren, ja. So, wir machen es erstmal so rum. So, und jetzt kann man hier gehen. Eins, zwei. Achtung. Oh, oh. Hui. Man sieht's, wo sie hinfliegen, ja. Sehr gut. Ne. Ich zeig's dir jetzt nochmal. Wenn du zuerst den nimmst und dann die hier, dann stimmt es nicht. Und dann explodiert das vor dem anderen. Und alles fliegt dir um die Ohren, ja. Deswegen immer zuerst den Knopf drücken. Schöner Krater. Yay. So, und das war ein ganz kurzes Quick-Tutorial zu einer TNT-Kanone für die Bedrock Edition. Du kannst nochmal in die Kommentare schreiben, ob du noch andere Versionen kennst. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, darfst du gerne abonnieren, Blog aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und noch viel wichtiger, einen Daumen hoch da lassen. In diesem Sinne, ciao mit V.